Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und mit diesem Video beenden wir die Serie über das Glück. Dies ist das siebte Video über das Glück und ich habe mit dir in den letzten Tagen über ein Buch gesprochen, genauer gesagt die Lektionen aus diesem Buch. Und das Buch heißt Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück. Und die siebte Lektion aus diesem Buch ist Es ist ein Irrtum zu glauben, Glück wäre das Ziel. Es ist ein Irrtum zu glauben, Glück wäre das Ziel. Ich denke, es ist eine sehr interessante Lektion. Wenn wir das Glück als Ziel nehmen, wenn wir uns vornehmen, glücklich zu werden, dann, sagt der Autor, werden wir nicht glücklich. Wir sollten uns ein anderes Ziel suchen und das Glück ist das Resultat aus dem, was wir tun. Was denkst du? Es ist jetzt der 31. Dezember und du überlegst dir bestimmt, was du im nächsten Jahr machen möchtest. Du überlegst dir bestimmt, was du 2018 machen möchtest. Und ich habe auch ein paar Pläne, aber ich plane nicht glücklich zu sein, sondern ich hoffe, dass ich glücklich werde, weil ich bestimmte Dinge tue, die mich am Ende glücklich machen. Was denkst du? Sollte Glück das Ziel sein oder ist es besser, sich andere Ziele zu setzen? Und wenn es besser ist, sich andere Ziele zu setzen? Welche Ziele sollte man sich setzen? Und was sind deine Ziele für das nächste Jahr? Ich bin gespannt, was du denkst. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Vielen Dank fürs Zuschauen während dieses ganzen Jahres. Vielen Dank dafür, dass du meine YouTube-Videos im Jahre 2017 geschaut hast. Vielen Dank für all deine Kommentare. Vielen Dank für all deine Unterstützung. Ich kann dir nicht genug danken. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du Authentic German Learning mit deiner Aufmerksamkeit unterstützt hast. Okay, vielen Dank dafür. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Genieße Silvester, genieße all die Feuerwerke und wir sehen uns im neuen Jahr. Tschüss!